Du Cia Silva, du stehst wieder einmal mehr vor einer Vorführung, einer Performance. Du hast gesagt, du müsstest so stehen, damit du gut im Bild bist wegen dem Wind. Genau. Du überraschst eigentlich nichts im Zufall. Was spielt sich ab in der nächsten Stunde? In der nächsten Stunde gibt es Mini Disco für die Kleinen zum Mitmachen. Die dürfen hier auf die Bühne kommen und einfach mittanzen. Sich bewegen, Freude haben, Spass haben. Das ist für die Kinder immer das Highlight. Egal ob ich beim Street Food Festival bin oder sonst irgendwo, Buchsenfest oder so, Mini Disco, kommt immer gut an. Mütter und Väter dürfen hier rauf? Dürfen natürlich auch rauf. Also manchmal gibt es solche, die mit raufkommen, wenn die Kinder noch nicht so sich trauen. Und dann ist jemand dabei, gell, irgendwie? Ja, ich habe hier noch die Hutsche dabei. Die Hutsche muss ja so her, dass es nicht schön Wind in der Straße geht, gell? Ja, mit ihren Zöpfchen braucht sie das nicht. Ah, so, Moment, ein Zöpfchen. Oh, wow! Ja, super heute. Sie gibt bei mir Zumba im Studio und ist jetzt heute dabei, weil sie mich nächstes Wochenende vertreten. Das ist nämlich da, ich weiss nicht, ob man das sieht. Kinder- und Jugendtag. Ja, natürlich. Ich bin da im OK und kann darum nicht selber ein bisschen Disco machen für die Kinder. Und dann wird die Hutsche mich dort ein bisschen vertreten mit ein paar Teenies von meinem Team. Das machst du dann aber nicht als Jam das, gell? Also Jam 29. Hast du eine andere Funktion? Also meine Funktion hier ist einfach im OK, aber natürlich als Jam. Und hier hinten sieht man natürlich viele Vereine, die mitmachen. Und dort mache ich als Jam mit. Aber weil ich im OK und andere Sachen dort an diesem Tag machen muss, tut die Hutsche mich dann dort ein bisschen mit den Teenies vertreten. Also ein bisschen versteckte Stadträtin, oder? Nein. Aber in der Kommission drin? Nein, aber ich bin bei Wirtschaft Bux, bin ich Präsidentin. Hat mit dem gar nichts zu tun? Nein. Super. Also gar nichts. Und Jam 29 gibt es nicht nur da auf der Bühne, sondern wenn man da in deine Richtung schaut, so hinterher, hinterher, gibt es das bei dir doch auch im Studio, gell? Hinterher, hinterher. Ach so, ja, dort hinten hinten, ja. In der alten Bierbrauerei Lacher. Dort drin sind wir, bereits seit 1999. Das Studio gibt es aber schon seit 1997. Also schon bald, bald 28 Jahre. Und dort ist Tutsche auch immer dabei? Genau. Mittwochabend kann man bei der Tutsche Zumba machen, am Viertel vor 8 Uhr. Ohne Anmelde einfach vorbeikommen. Dann sind wir gespannt. Ja. Los geht's. Ja, los geht's. Danke vielwoll. Und die Anliege der Niederkrieg und der Uwekund der Bühne, dort steckt am Uwekund und das frischmacht. Das ist ein Schmuck, das ist ein Schmuck, das ist ein Schmuck. Hier, hier. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Auf die Plätze. Streckt die Hände. Fäuste machen. Fäuste machen. Daumen hoch. Daumen hoch. Auf die Plätze. Auf die Plätze. Streckt die Hände. Streckt die Hände. Fäuste machen. Daumen hoch. Daumen hoch. Schultern hoch. Auf die Plätze, streckt die Hände, Fäuste machen, Daumen hoch, Schultern hoch, den Kopf nach oben. Untertitelung des ZDF, 2020 Chichalá, 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 Chichalá. Ist das super wie die Riederkur? Ja, wir haben abstandsamt, ja alles klappt, noch mal Glück gehabt. Klatsch, klatsch, abstandsamt. Ja alles klappt, noch mal Glück gehabt. Ich zieh die Schöne hoch, streck die Arme auf, schicke meinen Kopf, dann anders fällt nichts zu. Weil die Angeke, umso weit ich kann, bewegen meine Hürden und sie tanze ich dann. Rekker, prostgraform, blablabla... Peter Disso des Spiels! Ich war hier stark, einfach nicht bestanden, waren die zwei in unsere Gedanken, Das war's. Bravo!